Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus Ich wollte eigentlich sagen, zur nächsten Episode habe ich fastbild, aber vollkommen egal, wir sind ja hier live und ungeschnitten quasi Ja, heute Tine & War Derby, äh, Tine War, nicht Tine & War, Tine War Derby heißt es glaube ich, wenn ich mich recht erinnere Müsste so in etwa stimmen zwischen Newcastle und Sunderland Beide, warum das Derby ist, ist ganz einfach, beide im Norden von England angesiedelt, im Nordosten Ich glaube irgendwie relativ nah beieinander, so gar nicht, Colbert, nein, hier T.O.T. soll innen verteilt Nein, 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 oh nein, oh nein So, Taylor geht raus, ähm, Müller spielt mal wieder Ist zwar ein Derby, aber ich glaube ein junger Mann konnte mit dem Derby schon mal kämpfen Und Colbert wird rausgehen mit Sissoko, weil der hat mich jetzt, gegen Chelsea war er überzeugend Aber gegen Arsenal war er jetzt nicht mehr so auffällig und ich hoffe, dass das Müller heute mit Kampf wieder weg macht Und, ähm, deswegen mal sehen, wo Sunderland in der Tabelle steht und wie die letzten Spiele gespielt haben Sunderland ist momentan auf Platz 10, das heißt im Mittelfeld treiben die sich rum Und die letzten Ergebnisse von den guten Männern war, obwohl ich darf nicht gute Männer sagen, sind ja meine Rivalen Ähm, die haben zuletzt gespielt, da sind die Ergebnisse Sunderland, Sunderland, 2-0 gewonnen gegen West Ham, gegen die wir 2-4 verloren haben Uiuiuiui, ähm, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist Und davor haben sie Wo sind sie denn, wo sind sie denn? 3-1 verloren gegen Liverpool, gegen die wir auch verloren Und gegen Manchester City 1-0 gewonnen, haben wir auch Also scheinen momentan gut in Form zu sein Und das wird, äh, wahrscheinlich sein, sehr schwieriges Spiel werden Aber ich wünsche euch trotzdem Wir sehen ja jetzt mal, ich zeige euch jetzt mal, dass ich heute auf Legende spiele, ja Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und, äh, bis gleich Jetzt muss ich nur noch laden, damit ich es glaubt Das Time World Derby im Wohnzimmer von Newcastle United Die Magpies gegen die Black Cats Eine Rivalität seit sehr langer Zeit Die beiden stilte nicht mal mehr 10 Meilen auseinander An der nordöstlichen englischen Küste Und die beiden Mannschaften natürlich auf einen Sieg aus Beide wollten gewinnen Newcastle, um oben dran zu bleiben Sunderland, um sich aus dem Mittelfeld zu befreien Und weiter nach oben aufzuschließen Beide mit sehr starken Partien in den letzten Wochen Auf jeden Fall, ähm, sollten wir einiges erwarten können Und es sollte auf jeden Fall auch ein verrücktes Derby werden Hier sehen wir Remy Cabella, einer der Topstars dieser Saison Wollte natürlich in seinem ersten Time World Derby eine überzeugende Leistung bringen Bei Newcastle, Krul, Jamad, Williamson und T.O.T. in der Innenverteidigung Colottini nicht mal im Kader Heidara auf der Linksverteidigerposition Müller und Sissoko auf der Doppel-Sex Cabella, De Jong, Oxlade-Chamberlain und Ben Yedda bildeten wie gewohnt die Offensive Also sehr starke Aufstellung Müller ein bisschen überraschend in der Startelf Aber eher einfach für Colbeck drin Da er, ja, ein bisschen als kämpferisch angesehen wurde Und mit seiner Körpergröße zu überzeugen wusste Pantelimont, Jones, O'Shea, Alves, Van Arnholdt, Ketamol, Johnson, Larson, Rodwell, Giaccherini und Fletcher So las sich die Aufstellung von Sunderland Und die Black Cats wollten natürlich im 4-5-1 Ja, einiges, ja, erreichen Für ihre, ja, ihr Ego Natürlich auch in diesem Derby Und das ging relativ gut los für die Black Cats Und zwar mit Rodwell Der setzt sich hier erstmal durch Macht dann den Hackenpass auf Fletcher Fletcher steht frei vorm Tor Und Krul mit seinem ersten guten Reflex Der Niederländer immer noch in absoluter Topform Immer noch die Nummer 1 im Tor der Niederländer Momentan genauso natürlich bei Newcastle Aber das Ganze sollte ihm nicht helfen Der Ball auf Johnson Das 1-0, 22. Minute Und da war die Verteidigung mal wieder offen von Newcastle Das alte Problem war wieder da T.O.T. und Williamson gehen beide auf den einen Mann Jan Marr deckt dann nicht mehr richtig Johnson Der ist vollkommen blank Und am Ende hat Krul dann auch keine Chance mehr Diesen Ball zu verteidigen Natürlich feiert Johnson vor den Fans von Newcastle Wo soll er sonst feiern Er kann da nicht über den ganzen Platz laufen Trotzdem das 1-0 relativ verdient In der Anfangsphase waren die McPice nicht besonders aktiv Und Sunderland war deutlich besser Dann kam aber mal Kabei Er setzt sich hier außen durch Wie gesagt, er sollte gut spielen Aber er schaltete zunächst noch an Pantilimon Und der Ball wurde dann rausgeschlagen Des Weiteren aber war erstmal noch ein Einwurf Die nächste Szene vor der Halbzeit Ben Yedda auf Oxlade Chamberlain Und der vergibt diesen Ball Natürlich kann er sich eventuell am meisten In dieses Derby reinversetzen Als Londoner, als Spieler von Arsenal Hat man natürlich sehr viel Erfahrung mit Derbys Mit Chelsea beispielsweise Und auch mit Tottenham Aber es war Ben Yedda Der die erste positive Aktion von Newcastle Zeigen sollte Das 1-1 59. Minute macht er hier das Tor Und zwar sein 12. Saisontor Bereits wunderbarer Abschluss vom Franzosen Und wie gesagt Es war kein Spieler Der sich unter das Derby unbedingt reinversetzen konnte Aber es war einfach der torgefährlichste Stürmer Auf dem Platz Bruno Alves konnte da nicht mehr dazwischen gehen Und Ben Yedda macht das natürlich hier vollkommen klasse Im 16er Keine Chance für Pantilimon An diesen Ball ranzukommen Und danach gab es ein paar Szenen Die waren unschön Eskalation auf den Rängen Und auf dem Platz gab es einige Chancen Für Sunderland Die Flanke in die Mitte Da ist Johnson mit dem Kopfball Hätte seinen Doppelpack schnüren können Aber Krul fängt diesen Ball relativ sicher Und dann gab es die 90. Minute Und es gab einen Freistoß Und zwar für die Magpies Das Foul hier an Jim De Jong Der will den Freistoß haben Läuft gar nicht erst weiter Und es gab da noch eine Auswechslung Aber die hinderte Musa Sisoko Nicht daran diesen Freistoß zu schießen Was für ein Hammer 90. Minute Das 2 zu 1 für Sunderland Aus 35 Metern Haut der Franzose Diesen Ball In die linke untere Torecke Pantilimon Trotz seiner riesigen Körpergröße Kommt da nicht mehr dran Der Ball noch abgefälscht Genau deshalb so gefährlich Man sieht es in der Wiederholung Nummer 2 Unfassbarer Schuss von Sisoko Der wollte dieses Tor Das sah man ihm an Und er bekam es Und dementsprechend Das 2 zu 1 für Sunderland Hier sieht man Der Ball noch abgefälscht Sehr unglücklich Bekommt er einen 3 Und dementsprechend Kann der Rumäne Im Tor von Sunderland Die schwarze Katze Im Tor von Sunderland Da absolut gar nichts mehr machen Bitter natürlich Für die Black Cats Aber was will man tun Man kann dagegen nichts tun Und es wurde sogar noch schlimmer Denn die McPiles Hatten jetzt Blut geleckt Und natürlich in der 90. Minute Warf Sunderland jetzt alles nach vorne Und offenbarte dementsprechend Lücken Und wenn dann defensive Fehler passieren Dann ist alles vorbei Wir kommen zur letzten Szene der Partie 7 De Jong Erobert sich den Ball von Oscher Geht frei aufs Tor zu Oscher kommt nicht mehr richtig hinterher Geht vorbei am Pantilimon Macht das 3 zu 1 90. Minute Die McPiles und die Toons Im Ausnahmezustand Was für ein Rauscherlebnis Für 7 De Jong Der nächste Der erst im Sommer Hierher gewechselt ist Und trifft bereits zwei Spieler Die erst seit kurzem Bei Newcastle United spielen Und beide heute mit einem Treffer Und den entscheidenden Treffern Und das war das Besondere An diesem Spiel Neue Spieler Konnten sich direkt Ins Derby reinfühlen Und zeigten perverse Leistung Und dementsprechend Verdient im Endeffekt Dieser Sieg Für Newcastle United 7 De Jong freute sich natürlich Genauso wie die Fans Von Newcastle Denn dieses Time World Derby Sollte an die McPies gehen Wunderbares Spiel Tim Krul mit einer Klasse Leistung Im Tor Hatte die Bälle hinten Sicher rausgehalten So dass keine Chancen Fürs Anleitung wirklich entstanden Und vorne War es die Dreierreihe Die mal wieder für Gefahr sorgt Der nächste Spiel Gegen Manchester United Auswärts Mal sehen wie das laufen sollte Das Derby war erstmal gewonnen Was war das denn bitte Für ein Spiel Was war das denn In der 90sten Wird der Ball irgendwie Beim Freistoß So ein Stückchen abgefälscht Und geht dann rein Und dann macht De Jong Noch ein Tor Ey das war gerade So ein unfassbares Spiel Ne ich bin so gehypt gerade Das war richtig geil Leider Gottes hat Müller Nicht so gut gespielt Hat einen Ballverlust Eigentlich nur gehabt Den ich mitbekommen habe Aber gut Anscheinend reicht das Um seine Form runter zu bringen Das heißt in der nächsten Partie Wird Anita spielen Wie es ausschaut Weil Innenverteidiger haben wir noch nicht Und ich glaube es ist noch Vor der Winterpause Ich habe nämlich gesehen Es ist gegen Manchester United Mann Warum ey Warum nur Das ist echt scheiße Mann Warum das nächste Top Team Gegenüber nach das Spiel Chelsea, Arsenal Okay Sander War aber trotzdem halt ein Derby Und als nächstes erwartet uns Manchester United Und die sind Fünfter Gut Naja Also Callback hat Gegen seinen Ex-Verein Nicht gespielt Ach guck mal Alles angenommen Buunda Bado Willi Da du arm Ja Träumchen Aktuell ist aus Spanien Was haben wir hier noch gehabt Nationaltrainer Oh Schweden Oh ich hätte Slatern Mann Aber ich Da Ne So Spieler von Lust Droh Das haben wir auch schon Müssen wir nach oben gehen Und zwar zu aktuellem aus Spanien Und zur Pressekonferenz Wir loben natürlich unsere Mannschaft Das war mega geil Das Spiel gerade Und Rocco Enzo Ne Enzo Rocco Aha Ein Chilene Der anscheinend relativ schnell unterwegs ist Oh Gute Körperstärke hat er auch 1,89 groß Ja Grätsche ist halt voll für den Arsch Schade Juan Carlos Kadamuro Haben wir hier auch noch Der ist auch nicht besonders stark Wellington Silva Der 5-Star-Skiller Reinigt sich sogar Habe ich Wellington Silva gesagt Silva der 5-Star-Skiller Naja reinigt sich nicht wirklich Wenn man so genau drüber nachdenkt Ist auch von Arsenal ausgeliehen Seit Jahrzehnten Aquino haben wir auch noch Aber der ist auch nicht besonders interessant Und deswegen haben wir Immer noch die gleichen Spieler Im Scout-Bericht Und sind sehr gespannt Auf die Ach du Na Oh man Oh man Muss das denn wirklich sein Noch 2 Spiele vor der Winter Also noch 2 Spiele vor der Es gibt ja keine Winterpause in England Aber 2 Spiele noch vor Dem Transferfenster Das hätten wir vor der Innenverteidiger kaufen können Und wenn nur 2 Tage dazwischen sind Dann müssen wir gegen Everton Auf jeden Fall uns was einfallen lassen Äh Hier Er wollte spielen Das heißt wir setzen ihn auf die Bank Für Perez Der sowieso nicht eingewechselt wird Zumindest nicht in dem Spiel jetzt Der wird nämlich nächstes Spiel Wahrscheinlich in der Stadtalp stehen müssen Weil wir werden jeder Wahrscheinlich nicht genug Ausdauer haben würde Aber egal Jetzt geht es erstmal um ein Spiel Gegen Manchester Und ich wünsche euch Dabil 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 Viel Spaß Das Old Shefford Eins der bekanntesten Und vielleicht schönsten Stadien der Welt Und da sollte Manchester United Auf Newcastle United treffen Die beiden Uniteds In den letzten Wochen mit Erfolgserlebnissen Natürlich vor allem die Magpies Nach dem Time World Derby Sieg Gegen Sunderland in der Spur Zweiter Manchester United Vierter Newcastle United Zwei Punkte trennten die beiden Also mit einem Sieg würde Newcastle An Manchester United vorbeiziehen Mit einem Sieg von Manchester United Würden diese sich weiter absetzen Die Kommentatoren des Spiels Natürlich bin ich das Und nicht Manni Bräugmann und Frank Buschmann Aber noch viel wichtiger Die Spieler natürlich auf dem Platz Fellaini war in der Startelf Das kam etwas überraschend Denn der Belgier eigentlich nicht erste Wahl Bei Manchester United Trotzdem spielte er Vorne natürlich bei den Magpies Wieder die offensive Dreierreihe Bestehend aus Cabella Sieben De Jong Oxlade Chamberlain Und Wissam Ben Yedda Aber erstmal die Aufstellung von Manchester United Lindegard überraschend im Tor De Gea Noe auf der Bank Raphael, Shawcross, Jones und Rojo Bildeten die Verteidigung Blind auf der 6. Position Zentral dann Herrera und Filaini Vorne die Maria Van Persie und Rooney Natürlich das Prunkstück Von Manchester United Denn diese drei Spieler Sollten natürlich für offensive Aktionen sorgen Und für Gefahr Vor dem Kasten von dem Krul Der natürlich wieder im Tor Jan-Mart, Williamson und Tiot In der Verteidigung Zusammen mit Haidara Auf der Doppelsex Diesmal Anita und Sissoko Müller im letzten Spiel Nicht aktiv gewesen Beziehungsweise nicht auffällig Deswegen auf der Bank Und vorne die gewohnte Offensive Viererreihe Cabella, De Jong, Oxlade Chamberlain und Wissam Ben Yedda Der wollte natürlich wieder treffen Hatte bisher einen sehr, sehr guten Saisonstart Mittlerweile zwölf Tore Aus den letzten Spielen Beziehungsweise seit Saisonstart Gesammelt Und das in seiner ersten Premier League Saison Ist auf jeden Fall Eine beachtliche Leistung Andererseits standen Bei Manchester United Erfahrende Verteidiger In der Verteidigung Allerdings auch junge Verteidiger Und das sollte Ja eine gewisse Wirkung haben Auf das Spiel der Reds Wir gehen in die erste Szene Der Partie Wir sehen hier noch Cabella Aber die erste Szene Geht aufs Konto von Manchester Da Fellaini hat hier die Chance Legt ab auf Di Maria Der mit dem Schuss Und da ist wieder Fellaini Und das war ganz schön viel Glück Da in dieser Situation Dass der Ball nur gegen die Latte geht Der Kopfball Sonst wäre das hier wirklich gefährlich geworden Dann mal Rojo Kann sich nicht gegen Auchis der Chamberlain behaupten Leider verpasst er In der Mitte Ben Yedda Den Kopfball Und Sieben De Jongs Schuss Geht dann nicht mehr gefährlich Der Rückpass zum Keeper Wird dann auch zum eigenen Schuss Aufs Tor Fast ein Eigentor Hier der Ball geht gegen den Pfosten Und das war sehr sehr glücklich Auchis der Chamberlain machte eine gute Partie Und das sieht man auch in der nächsten Szene Der Ball in die Mitte gespielt Versucht das Ganze alleine Und dann kommt der Ball auf Musa Sisoko Den Derby hält in der 90. Minute Das 2 zu 1 gemacht Und hier mit dem 1 zu 0 37. Minute Aus 17 Metern Macht er sein 4. Saisontor Einen Strich in die Ecke Keine Chance für den Dänen Lindegard Im Tor der Red Devils Diesen Ball zu halten Die Toons feiern Und die McPiles auf dem Platz Natürlich Naja irgendwie auch ein bisschen geschockt Dass es so einfach gehen konnte Sisoko einfach mit einem Schuss Quasi aus dem Stand Und das 1 zu 0 gegen die Red Devils Der Niederländer Kann es nicht verhindern Es war nämlich ein Dänen im Tor Aber vollkommen egal Der kann es nämlich auch nicht verhindern Die Verteidigung also das erste Mal geschlagen Und dementsprechend konnte sich Newcastle Jetzt theoretisch hinten reinstellen Weil man braucht ja nur Dieses eine Tor Und diesen Sieg jetzt hier Um an Manchester United vorbeizuziehen Und die versucht natürlich zurückzukommen 45. Minute knapp Die Maria mit dem Ball auf Rooney Rooney mit dem Ball auf Herrera Herrera frei vom Tor Und wie er den nicht macht Das weiß er wohl selber nicht Krul schon geschlagen Der war in der anderen Ecke unterwegs Und trotzdem schafft es Herrera Diesen Ball am Tor vorbeizuschießen Wirklich komische und kuriose Szene Die Fans natürlich nicht gut gelaunt Und somit zur Halbzeit Ein 1 zu 0 für Newcastle Das hatten die wenigsten erwartet Auch nicht die Toons Aber die waren natürlich froh darüber Dass ihre Männer hier auf dem Platz So überzeugten und gegen die Red Devils Eine so gute Performance bisher abliefert Natürlich auch Tim Krul Der hatte gut gehalten in der ersten Halbzeit Und hatte keine wirkliche Prüfung Zwar bekommen aber trotzdem Sehr viel Sicherheit ausgestrahlt Und das ist auch wichtig Für einen Torwart In der zweiten Halbzeit Sollte das Ganze ein bisschen anders werden Denn da kam Manchester United Der Ball von Van Persie Auf Di Maria Di Maria mit dem Pass auf Rooney Komischerweise kein Abseits Und was für ein Reflex von Tim Krul Der dann mit der rechten Hand Noch drankommt Und diesen Ball zur Ecke abwärt Wunderbarer Reflex des Niederländers Und danach gab es erstmal Noch eine gelbe Karte Und eine Auswechslung Bei Manchester United Und zwar kam Juan Marta Für den enttäuschenden Ferdaini Deswegen steht er wohl nicht In der Startelf Er ging auf jeden Fall raus Und mit Marta Sollte natürlich nochmal mehr Offensivpotenzial kommen Auf der anderen Seite Gab es auch einen Wechsel Und zwar ging 7 De Jong raus Der Torschütz aus dem letzten Spiel Zum 3 zu 1 Und für ihn kam Campbell Ein sehr junger Mann Die letzte Szene Für Manchester dieser Partie War diese hier Kopfball Aber keine Gefahr Fürs Tor von Tim Krul Und jetzt kam die Campbell Show Wir sehen Kabea 72. Minute Spielt den Ball In den Lauf von Campbell Der ist schnell Der setzt sich durch Gegen Jones Der geht vorbei An Lindegard Und spielt den Ball Dann irgendwie Nebens Tor Den kann man schon mal machen In dieser Situation Wäre die Sicherheit gewesen Für Newcastle Für die McPies Aber der junge Campbell Man soll es ihm verzeihen Der vergibt hier noch die Chance Die nächste Szene Geht allerdings auch auf sein Konto 90. Minute Wir sind in der letzten Szene Der Partie Jones Verlierte den Zweikampf Gegen den jungen Enländer Der zieht davon Geht in den Strafraum Wieder gegen Lindegard Wieder der Schuss Und wieder macht er nicht rein Lindegard hier mit der guten Parade Trotzdem Hätte der Engländer Diese beiden Bälle Schon mal machen können Vor allem um Selbstbewusstsein Auch zu schüren Aber er schafft es nicht Trotzdem war das nicht mehr so schlimm Die Ecke von Kabea Nämlich Kommt jetzt gefährlich In die Mitte reingetreten Oxel Chamberlain Setzt sich da in der Mitte durch Die Flanke kommt Zwar auf den zweiten Pfosten Da ist Anita Der köpft ihn raus Ball wird rausgespielt Auf Falcao Aber das war nicht mehr so wichtig Denn das Spiel war vorbei Newcastle United gewinnt also Mit 1 zu 0 Bei den Red Devils Manchester United Dementsprechend geschlagen Und jetzt hinter Newcastle In der Tabelle Bitter für die Red Devils Natürlich gut für die McPies Die immer noch Einen unfassbaren Lauf Und eine unfassbare Saison spielen Ob das so weitergehen wird Weiß man nicht Wir hoffen es natürlich für Newcastle Schade für die Red Devils Aber in der nächsten Partie Gegen Everton Müssen die McPies wieder überzeugen Ein für mich also doch Relativ unerwarteter Sieg Gegen Manchester United Ich hätte nicht gedacht Dass wir mal Old Shefford Gewinnen können Aber wir haben es getan Und wieder war es Sisoko Das ist eigentlich ziemlich geil Denn der scheint jetzt Wirklich angekommen zu sein Bei mir Und scheint auch wirklich Jetzt gute Leistungen Bringt Soweit man es natürlich Schön ist Wir sind bei der Dritte Immer noch ordentlich Rückstand zu Arsenal Und zwar 5 Punkte Aber trotzdem haben wir uns Da oben so ein bisschen Festgespielt Mit einer Niederlage Können wir nur auf Platz 6 Zurückfallen Was natürlich aber Trotzdem verunsichert ist Denn ganz ehrlich Wenn man sich die Tabelle Angucken das alles noch Sehr dicht beieinander Wenn wir mal 2 Spiele verlieren Können wir schon wieder Relativ weit unten sein Das ist nicht so schön Aber trotzdem erstmal gut Und wir gehen in die nächste Partie Gegen Everton Und ich hoffe Dass wir da was gewinnen können Beziehungsweise was holen können Ich meine gut Wir spielen zwar zu Hause Aber das ist nicht egal Ich kommentiere gerade Übrigens im Nachhinein Weil ich ja wieder verpeilt habe Die Aufnahme zu starten Und wir müssen natürlich Auf eine B11 zurückgreifen Was nicht so besonders schön ist Aber immerhin ist Revier wieder fit Das ist wiederum schön Wir können auch Perez Auf die Bank setzen mal Der soll im Winter Auf jeden Fall verliehen werden Denn ich möchte nicht Dass der irgendwie Auf der Bank rumschimmelt Weil der spielt ja bisher Sehr sehr gut Und deswegen soll der Natürlich auch seine Chancen bekommen Allgemein wechseln wir hier Sehr viel durch Ich will nämlich natürlich Eine gute Elf auf dem Platz haben Und um das zu erreichen Müssen wir schon einiges Bei uns tun Ich wusste die ganze Zeit Nicht wie ihn ich reinnehmen soll Aber ich habe mich dann Für Taylor entschieden Auch wenn der nicht gut in Form ist TOT ist zum Glück fit genug Um zu spielen Und Everton ist auch Kein schlechter Gegner Deswegen müssen wir uns Auf jeden Fall anstrengen Aber Bay spielt das erste Mal Auf der 6 Ich glaube ich habe den noch nie Spielen lassen Außer im Pokal Deswegen sein Premier League Debüt Aarons dann Auf der rechten Seite Beziehungsweise ich glaube Ich stelle ihn auf links Genau Goufra auf rechts Und vorhin Rivier Und Sime de Jong Aber Sime de Jong soll auch noch raus Ich weiß aber einfach nicht Wen ich dafür reintun soll Und deswegen entscheide ich mich Ich glaube ich sogar im Endeffekt Einfach niemanden mehr rein zu tun Aber Maschola Amiobi Auf die Bank zu setzen Colocini ist auch natürlich In guter Form Und der kommt dann tatsächlich Sogar rein Ich entscheide mich Warum auch immer dafür Und packe ihn für den schlechten Form seinen Taylor rein Ich hätte eventuell auch für TOT reinpacken können Aber gut Colocini bekommt immer eine Chance Bevor er verkauft wird Zumindest wird er wahrscheinlich Nicht verkauft, bin mir noch nicht ganz sicher Aber es sieht zumindest Der fehlt danach auf Ich hoffe dir diese Episode hat euch gefallen Wenn ja, lass einen Daumen nach oben Da würde ich mich selber freuen Schaut bei Sennheiser Und bei Kinguin vorbei Links sind in der Videobeschreibung Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Wunderschönen Tag noch Haut rein und ciao